Sind wir noch im Fight? Naja Oh, Telekinese kann ich lernen The user makes the target float with a psychic power The target is easier to hit For three turns Three turns So, komm Hast du dich jetzt schon besiegt, oder was? Naja, mit dir So Erstmal eine anlabern, oder? Du bist ja nicht in dieses Chaos-Dreck rein Digga, du weißt doch, dass die wieder 918 Pokémon haben Ja, warum denn nicht? Kikli Ah, Kikili Mach mal, Psycho ist so stark gegen den Kampf Bullet Punch Hä? Wtf? 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 die Unserer Ish 特 das ist alles nicht okay das tauboga ist einfach im ewigen fall ich setze mal recover ein so vielleicht hat mir eine mutter die hatten eine mutter decke die war nicht so kreativ naja in der zeit wo du tot warst habe ich mich zurückgeportet habe mir alles geholt was hörst du dein ernst ja digga hätte ich ihn sonst machen sollen du hast die challenge nicht geschafft du bist ein opfer ja nein ich hab doch alles gemacht ne du bist nicht einmal durch mit den sachen die du hast ich dachte du willst ein pokémon meister werden wie willst du das werden wenn du das nicht mal schaffst ich bin intelligent ich geh zurück wenn ich gerade zeit habe mag das übergewichtig falsch ausgesprochen die fressen du bist so eine behinderung ey du bist so eine behinderung ey alle die das gucken mag wird nicht von mir gemobbt glaubt mir der setzt sich auf mich ich bin down ich bin einfach spotted on route b warte kurz auf was gute zeit ne ich will ne kiste öffnen ich bin 45 ja so siehst du aus junger mein rechtes eis 48 alter alter jetzt haben wir es gleich geschafft noch der hier hat der matt keine ahnung ob der matt hat ne dann geh ich nicht ein duplikate clothes deswegen habe ich 50 dollar 50 gold bekommen weil ich die selben klamotten gezogen habe geil das finde ich nicht okay ist doch okay so 50 dollar raus machen was ja dann sollen sie mir wenigstens den preis von den klamotten geben und nicht 50 gold eigentlich schon gell so ja hier kannst du eh nichts dagegen machen hier kriegst du irgendwo boah ein dicktree Junge wenn der in dich eindringt alles ripp ey der hat ja auch so gemachte v-augenbrauen alter dreimal sogar guck mal der ist viel besser als purenta oh lol aber der ist voll hässlich ja man der kleine ist noch süß der mit den zwei köpfen und dem v-ausschnitt auf die Stirn der ist aber voll das chernobyl kind alter der wachsen einfach nur gliedmaßen ja guck mal eigentlich kämpfen wir jetzt gegen 4 oder nicht ja ich finde das nicht fair ich will xp für 7 Gegner haben richtig eigentlich müsste das gemacht werden ich glaube wir sollten mal pokémon anschreiben und das ist wie das ist wie Flaumen essen was ja möchte man nicht macht man aber weißt du du meinst die Schüssel auslecken ich weiß nicht welche Schüssel du schon alles ausgedeckt hast aber ja wenn du was möchtest ekelerhaft du wow man kriegt man kriegt von einer man kriegt so eine super angel dann kriegt man auf einmal eine gute angel du musst nach unten rechts was gibt's hier was gibt's hier hier oben ist die Layla kriegen wir hier ne Angel ja da drin in dem haus rechts von dem vom Diego egal als ob eine Frau ne Angel halten kann äh oben ist nix mehr als ob ein Frau ne Angel halt Digga was kannst du denn mal im Stream sagen kann ich das noch nicht fois 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 was hat er grad für Töne gemacht Junge fois 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 das war sein Arsch der ist alt mein Gott das war ein Witz ey jetzt komm bin ich Frauenfeind ich steh voll auf Emanzipation nur weil der mann drin steht hier sind wir beim park das peter fox er soll zum roland gehen zum biggie der wurde von den leuten gemobbt die den programmieren substituiert würde ich nicht aber wir gehen nicht in die safari zone hier oder warum nicht ich möchte nicht aber wir müssen 20 pokémon fangen wir halten da einfach tiere ja das können wir doch später machen digga dann kommen komm brunner ja ich will mir jetzt erst noch alles angucken digga du willst immer gucken ja digga ohne mich ohne mich hättest du so viele sachen schon nicht gekriegt du bist wie so ein verwirrtes kind im zoo mit einem hässlichen eis was dem auch noch runter fällt und er anfängt zu schreien wie ein super saiyajin vier ja und gott modus sein sohn alter ultra instinkt ich habe blaue haare ja im zoo ultra stinkt ultra zone tun sich die tippen von meinem typen so zusammen zehren beim fahrrad fahren sich das natürlich guck mal ich bin fett weißt du das ist die richtige schwabbel tippen ich bin jetzt unten bei der arena ich geb'n fick wie unheilig gib'n fick was ist denn hier pflanze oder was oder käfer mhm pflanze bin denn der lemmy von mir junge nee das ist doch diese komische ninja arena hier ich werde auch gleich so eine ninja keine witze machen doma keine witze keine witze machen wir müssen in die safari zone da kriegen wir surfer du drudel die gleiche scheiße der scheiße hier move deleter bei dem kannst du deine move deleter ach echt hätte ich jetzt nicht gewusst du ja man weiß ja nie so rum gibt das ja sinn ich hab noch nie drüber nachgedacht aber gibt echt sinn da hinten der alte weiße mann der hat doch schon wieder irgendwas zu sagen oder das ist eine frau naja alter sieht zwar aus wie gandalf aber er redet nur durch das ist ein speckiger gandalf alter das kommt wohin eigentlich runter zum strand was willst du denn am strand das sind misty james und rocco ich mach jetzt welchen urlaub junge misty james und rocco nein ah der gibt uns surfer wir sollen den jim koga erledigen und und war das nicht der kampfboy alter ja go and find the hm3 surf in der safari zone wollen wir erst surfer holen naja ich will jetzt erstmal den trainer boxen naja komm naja lass uns mal den kampfboy hier weg machen gegen wen gegen juggler schauen wo sind die hier die unsichtbaren wände hin ja die gibt es nicht mehr das hat spieler verwirrt die sind ausgerastet die haben ihren bildschirm eingeschlagen wahrscheinlich guck mal du bist doch perfekt gegen die oder die sind auch psycho du idiot ich kann gar nichts gegen die machen ich kann nichts gegen die machen